So, zurück und ist jetzt Tag? Es ist Tag, ja. Das passt, dann connecten wir und... Wartet auf mich! Irgendwie fett als das. Muss kommen! Was? 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 Ich tue ein bisschen Grateln neben unserer Fabrik reinmachen. Ich dachte gerade, ist die langweilig, oder? Immer. Hat mir das zu essen? Ich hab euer Brot schon aufgegeben. Ich hab sechs Brote. Nein, drei. Ja, ich bin gerade am Aufbauen. Hey, ich wollte, dass du kurz mitkommst. Ich brauch Mama und brauch noch jemanden, der mir hilft Mama. Holzen. Holzen. Nicht. Aber ich hab schon ein bisschen auf Getreid jetzt da. Ich muss drei. 21. Wir könnten auch die Episode in der Fabrik starten. Nicht immer nur im Haus. Es ist schon gestartet. Schon? Ja. Wir rekorden durch. Ich hab ein Scheiß-Dejavu gerade. Wieso? Ich hab noch nie... Wer will Brot? Ich will Brot. Brot für die Armen. Brot für den Lauren. Oh, danke. Schön. Ich hab Eisen. Nein. Reinhard hat gegen einen seiner Mutfreunde einen Todtag gespielt und der hat aufgegeben, nachdem er zweimal gestorben ist gegen ihn. Nein. Nein. Also nicht der Reinhard, sondern der Freund. Ja, schon klar. Wenn der Reinhard spielt, er erinnert schlecht zu. Er gibt viel zu früh auf. Nein. Nein. Ich muss jetzt so aufgeben. Ich hab gestern gespielt, ne? Mit Ricky. Und irgendwie ziemlich schnell verkackt. Mein Lame-Partner, der Windrunner, war für Neusch. Ja, der Windrunner. Und... Aber das Game hat sich hinausgezogen auf 80 Minuten oder 100 Minuten länger. Ich weiß grad gar nicht mehr. Und wir hatten schon zwei Barracks da. Unsere also. Und ich hab immer verteidigt, während die anderen Feuerwehrstaben und die immer gehen. Also alle fünf umbracht haben. Und das haben wir gewonnen. Von zwei Barracks von uns auf alle von ihnen weg. Also übermüßen lauter Fragezeichen. Was? Ich dachte, ich verstehe gar nicht. Ja, ich kann dann einen toter Key geben. Ich hab noch 18 Dota Keys in den Fall. Nicht nur du, glaub. Ich hab hier wieder fünf Stück bekommen. Leute, wenn irgendwer von euch Dota Keys haben will, schreibt's uns an. Ja. Schreibt's in die Kommentare. Wir sind nicht so dämlich wie die ganzen anderen, die auf irgendeine Phishing-Website verweisen oder was auch. Nein, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, adden wir euch auf Steam und schicken euch Dota Keys. Das hätte ich nicht gesagt. Jawoll! Ja, ich hab eh so wenige. Ich bin zur Zeit eh nur bei 10 oder so. Meine Stream-Freunde sind, glaub ich, auf 8. Aber alles nur wegen Dota. Ich bin so gut. Ah. Ja, deshalb hab ich 300 Freunde in LoL. Sonst hätte ich, glaub ich, 20. Rede nicht von LoL in meiner Gegendwart. Prinzipiell würd ich dir zustimmen, aber in letzter Zeit hab ich wieder Managed. 2-3 hat er aber in und so. Obwohl, dann wollte er nie mit mir spielen, weil er dann Angst hat, dass wir verlieren, weil er sogar starke Gegner bekommt. Was haben wir gemacht? 4 aus 7 gewonnen. Ich war immer der Bestler. Ja, okay. Komm, ich bin Support. Was zählt denn mal überhaupt nicht? Ich war Windstarkter verficktes Stein. Was hat er was drin? Ne. Ich hab mit Windstarkter die meisten Kills, die meisten Supports. Was meinst du egal? Die meisten Kills. Ja, okay. Ich könnte so weiter aufzählen, aber das ist ja etwas langweilig. Ähm. Wie losst du gehen, was? Ja. Okay, ich hake mal ein paar Bäume an. Bitte tschüss. Bitte tschüss. Bitte tschüss. Achso, ich dachte tschüss. Wieso ist das da noch? Mist. Und wie sahst du eine Maske auf? Ich mein, nicht so richtig. Was? Ja, ja. Na ja, Tote würde ich öfter spielen, aber... Oder? Ja. Na ja, ich spiel normalerweise nur, wenn der Lorin mitspielt und der spielt in den letzten Tagen. Er hat vermehrt LOL und so. Ja, ich versuch Elo zu bekommen, wobei es jetzt eh kein Elo mehr gibt, sondern nur noch Divisions. Gestern hab ich so gut LOL gespielt. Aber hat einen Flamer im Team und... Das war so traurig. Du warst der Flamer. Ja, ich bin urnette immer, versuch mein Team zu bereuen. Und dann... Und dann flamest du sie nieder. Ich hab den Schender und ich hab den richtigen nieder geflamed, weil... Irgendwann ist Schluss. Meine Geduld ist nur so groß wie der kleinste Michi dieser Welt. Das ist die... Insider. Ja. Oh, sowas, Freunde. Ja, ich kann Beine pflanzen. Ich werd hier ne Utopie machen. Sogar einen Insider, den der Zirkel nicht versteht. Das versteh ich jetzt selber noch. Ich glaub, der Zirkel kennt mich ja auch. Ach so. Ich bin froh, dass der mich hier noch einmal getroffen hat. Denkst du, ich will für meinen Le... Auf meinen Lebtag verstärkt sein, oder was? Der Lucky war mit dem in der Klasse. Ja, wir müssen das jetzt nicht weiter ausführen, Laurin. Ja, mir ist schon übel. Ich bin amüsiert. Um es gelindet zu sein. Gelinde. Ja. Gerhard... Gerhard Linde. Das hört auch gerade an. Ja, Gerhard Linde. Gerhard. Linde. Linde. Ja, ich bin Herr Gerhard. Gerhard Linde. Der Zirkel verstummt, wenn wir reden. Er denkt sich nur... Why? Oh Gott, why? Genau. I think not. Und wie sieht der schick aus. Punkt. Vor allem, weil ein Loch im Dach ist. Nein, nein, nein. Nein. Gar nicht auf. Also, ich stehe auf Löcher im Dach. Ja. Punkt. Ja. Das ist ja. Schön für das Loch im Dach. Äh, schön für das Dach im Loch. Ich mein schön für das Loch im Dach. Für die, die Ted gesehen haben. Ist das Loch im Dach oder ist das Dach im Loch? The fuck? Wirklich, hast du es verstanden? Nö. Er kommt eh immer mit. Ist der Schiss am Boden oder ist der Boden am Schitz? Ach so, stimmt. Nein. Die dürfen wir sogar gesehen. Er hätte eigentlich eine Spoiler Alert waren und wir einfügen müssen. Ganz ernst. Das geht einmal so nicht, meine Damen oder Herren. Das ist ne... Okay. Ja, es ist ne... 20 Minuten. Ich hab Final Fantasy 3 jetzt auch noch nicht gespielt. Ich könnte spoilern. Ja, schön. Das ist weniger. Ich hab Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Wie ist denn der nerveste? 13-2 Ist das so gut, 13-2 Pokémon Burnback 2, Pokémon 13-2 Naja, 13-2 unter Anführungszeichen ist das Lightning Return 13 Au Ist nicht das nächste Lightning Return? Hm? Ist nicht das nächste Lightning Return? Ja, ist das letzte Wieso? Achso, ich frag lieber nicht, ist es zu viel Ich weiß es nicht, ich hab 13-2 noch nicht durch Ich hab 13 noch nicht durch Haben wir das gemeint? Es ergibt kein Sinn Du gibst nie Sinn Ich mag Wahnsinn Ihr redet trotz Blödsinn Wahnsinn und Sinnfrei sind mein dritter Vorname Achso, ich dachte wie crazy hat Das ist ein inoffizieller Vorname, der nicht so relevant ist So, dann beenden wir mal wieder beim Part, oder? Bis zum nächsten Mal Ja, tschau Tschau Recht homoerotisch So Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von TechIt So, hallo Oder so Jo, willkommen Willkommen Leute Bitches Immer noch mit dir zum Gast Florian ist der professionellste Let's Player hier Ja, aber der ist nicht einmal für uns dabei so wirklich Ist ja nicht so, als hab ich ihn gefragt Ist ja nicht so, als ob ich nie Zeit gehabt hätte, wann er das gemacht hat Hatte ich nie Hattest du sicher? Nein, hatte ich nie Nein? Ich hab' dich noch nicht gefragt Ähhhh Ähm Ja, siehst du Ist mir meiner schnell Meine Ja, weil du bereits davor gesagt hast, da ist doch kein Bock drauf Ja, aber ich dachte nicht, da kannst du das jetzt so schnell nicht Zeit umsetzen Und ich bin viel zu faul ein zu eröffnen, also schmeiß ich mich wahrscheinlich einfach irgendwo mit rein. Wie? Bei mei. Wäre ich nicht so faul, hätte ich sie auch schon ein, aber ich bin viel zu gefahren. Das Problem ist ja das Rendern und das ganze dauert ja Ewigkeiten. Das funktioniert bei mir eh nicht, ich habe gerade mal 30 GB Festplatte speichert. Dann müssen Leute viel aufnehmen, Kinder. Ja eben, ich habe mit schlechter Qualität X-Split Aufnahme von einem Nische. Und die 10 Leute, denen ich das gezeigt habe, fanden das auch ziemlich lustig und haben gesagt, ich soll mehr machen. Ich habe ein bisschen QR4 Let's Play. Ja fix, das fanden die Leute auch lustig. Ja nur, das ist auch zu schlechte Qualität und X-Split ist auch nicht unbedingt das beste zu machen. Ach, okay, Mann. Am Nische mit deinen Rekordmaßnahmen ausstunden ist das lustig. Mit 722 Pen, blau in einem. 1080, 1080. Ich kann es mir immer noch 27 ansehen bei meiner Internetseite. Erst wollte sie nicht schlafen oder so. Äh, weiß ich, wer hat es mir gemacht? Ich liege im Bett. Ja, ich weiß nicht. Ich auch. Ja. Man hätte jetzt irgendwie im Hintergrund geräuschen. Loren. Was für ein Hintergrund geräuschen? Bei dir hört man was im Hintergrund. Ja was? Man kann sich genau identifizieren. Infizieren wir es mal. Infizieren kann man es auch nicht. Loren pfuscht uns ja ein... Mein Herz. Das ist ein Schrankmikro, das schon los ist. Da steht es ja in seinem Seilensbehälter. Ich war eindeutig zu lange schon nicht bei dir. Ja... Morgen oder übermorgen noch? Wenn nur unter Tag und dann... Was soll denn lieber Nacht? Weil ich übermorgen 4 Stunden Überprüfungsfahrt hab und da nicht... Und die um 9 beginnt. Samstag auf Sonntag? Ach du, da ist eine Spinne in der Wache bringen. Ja, weiß ich. Samstag auf Sonntag wirst du... Ah! Was soll der Scheiß, mein schönes Haus! Ich glaub, das muss ja ausschauen. Alter! Für die Aufnahme. Für ein schöner Blog. Ja, warte bevor du es reparierst, warte. Aaaaaaah! Schaut, dass wir das nicht aufgemacht haben. Ich geh so weiter und wegbauen so eine scheiße Erde. Und dann... Loren, du brauchst ne größere Fetch. Du musst auch auf. Wenn meine Externe noch heil ist mit dem halben Terra, dann kann ich dir. Aber die ist runtergefallen, Dicki. O Arschler. Ich find das nicht so lustig. Man gönnt sich nicht am Leid anderer. Es ist ein wenig lustig. Du bist ein wenig lustig. Nicht so belustigen wie du. Ah, das hast du jetzt aber schön gesagt. Arschler! Du brauchst ne Erde. Hat wer von euch Erde dabei? Nur so 90, 94, also nix. Erde. Ja, komm her. Geh runter. Ich bin unten. Gib mir Erde. Dann schubst du mich nicht runter. Was willst du denn? Erde. Erde. Ähm. Ich hab 94 Erde. Komm runter. Okay, ich weiß nicht, ob das reicht, aber es könnte funktionieren. So. Ähm. Wie bald ist das jetzt? Ich baue mich an links wieder. Der hat mich nicht weggespricht. Der hat mich nicht weggespricht. Fuck! So, so. Das wird jetzt irgendwie spielen. Irgendwie steht die Spinne da blöd mitten drinnen. Hey, wir haben mein Hostie hier an der Spinne. Die hitt... Die wurde mitgeliefert. Wie, so hittet die mich? Die ist freindlich. Vielleicht hast du sie einmal erwischt unter der Tank. Na, ich hab sie... Ich bin nur an ihr gestanden. Keine Ahnung, vielleicht stinkst du. Gibt's mir nichts. Naja, äh, Basalt wäre irgendwie cool, wenn wir da noch ein Fliss lassen könnten, aber wir haben noch keinen Vulkan gesehen, glaube ich. Ich hab eine Ölquelle gesehen. Ja, Öl ist eh gleich neben deinem Berg. What the fuck? Woher kommt dieses Bereich? A creeper, man. Ähm, ist schon mal was los? Ich glaube, es wird den Glückszeug. Aber der Wind hier oben geht mir schon mit der Zeit ein bisschen am Arsch. Ah ja, ich hab die Etage so oder so falsch drauf platziert. Wir müssen nämlich mit Kabeln rechnen und... Ja, ja. Das ist etwas klein. Nichts im Gegensatz zu unserer ersten. Komm, die war klein. Die war ur-cool. Die war auch richtig klein. Ja, aber die war cool. Ja, eh. Ich hab ihr nix dagegen gesagt. Sie war klein. Sie war halt cool, okay. Danke. Okay. Und dann hast du aufgehört zu spielen. Ich hab weiter gespielt, dann hab ich so einen großen Vorsprung, dass du pisst wirst und dann hast du überhaupt nicht mehr. Ja, Dennis. Ich wollte ein Project Table. Stimmt. Stimmt. Auf den hab ich ganz ver... Pennt. Was braucht man für den nochmal? Ich hab eher ein Working Bench. Stone. Ich glaub ein Aufregung. Ich bin ja nicht mehr offen. Nein, offen ist keiner integriert. Erklär mir mal, was das ist. Das ist ein Project Table. Ein normaler Crafting Table, auf dem die Items drin liegen bleiben. Heißt, da können zum Beispiel sogar drei Leute gleichzeitig Sachen reinlegen. Dann ein Projekt. Wenn wir an einem Projekt arbeiten. Und es hat noch eine Kiste für... Also es ist noch eine Kiste mit integriert. Das ist dann weg. Gut, wir haben Kübel. Hm, nein. Ich hab noch keine Ahnung. Was ist gerade, dass du Kübel? Nein, aber irgendwo müsste eine Linden haben wir ja schon was. Ja, das ist seltsam, ne? Ich wollte auch was. Ist das... Keiner da? Ja, da ist er noch. Hoppla. Das ist einfach... Es ist alles weg, Leute. Ah, da ist es doch. Es ist alles weg. Ne, doch nicht, sorry. Wieso braucht man für den Kübel? Dass sie das machen. Ob das machen? Weil das dann fällt weiter und machen will. Und... Was ist dieses eine Loch? Soll das ein Shortcut werden? Äh... Müsst du da oben hüpfen, dann aber noch nicht. Ja, ohne Wasser ist das ja böse. Bisschen gefährlich. Bisschen Halsbrech. Bisschen Halsbrech. Habt ihr zufällig Holz, was ich nicht brauch? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Was haben wir... Doch, im Stack. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Das müssen wir so tun. Hast du eh den Cheat mal rausgeschlagen, Junge? Muss das Rezept mal, das gehen sonst... Nein, du. Nicht, ja. Du. Ja, klar. Ich hab's immer noch von damals. Du kannst vier Holz da lassen, ich brauch vier Holz. Es sind zehn Wunden-Traps da, die kannst du zu Holz, ne? Wirklich? Ja, wenn du sie aufeinander stapelst. Ich brauch jetzt ne Säge. Nein, kann man nicht. Na gut, dann geb ich dir halt vier Holz. Dann ist der Holz, wenn ich weiß gar nicht. Ich brauch gleiches Holz. Ein. Ein gleiches Holz. Ich hab... Ich brauch saplings. Saplings hab ich keine. Nein. Ja, ja, ja. Ich geh mal eben auf der Reise. Problem? Nein, nein. So. Einmal kurz zurück. Genießen. Genieß die Uhr. Ich brauch noch... Acht. Holz. Kommt mich grad rein. Hast du auch zufällig noch Holz? Äh... Witzig ist sicher noch, oder? Eine. Wo bist du eigentlich? Ich mach den Pool da was. Nimm's so unten raus, gib's so hin. Ja, so geht das. Das ist unendlich. Es schaut mir verdammt komisch aus, wenn das genau nicht gut ist. Ich glaub, ich muss das mal aufbauen. Stapeln. Hast du mal kurz das Holz geben? Ach, mit dem bist du. Gell. Was ist jetzt? Ich schau dir nur so gern beim Arbeiten zu. Okay, Moment. Wie viel brauchst du? Äh... Warte. Acht. Danke. Ich kann nicht zählen. Ich kann nicht zählen. Wie viel Holz brauchst du? Ups. Darin. Viel. Not kurz. Ich baue schnell in meinem Projekt-Table. Ist das nicht ein bisschen zu viel Wasser? Ach, na. Du passt schon jetzt. Okay. Jetzt stirbt man sicherer, wenn man trifft. Solange stilles Wasser ist. Äh, jetzt fast. Bist du ganz fokussiert? Das noch nicht. Na, jetzt hol. Ich denke mir, ich bin das besser noch nicht. Nein. Nein. Das muss Clearstone sein. Ist gut? Ah, 14 Clearstone. Sehr gut. Willst du nicht im Projekt-Table laufen? Nein. Willst du nicht? Wer hat dir die Leiter abgerissen? Du? Was für Leiter? Eine fällt. Das war aber immer schon so. Ey, Moment. Eine fällt. Der zweite. Wie war's nicht? Ich weiß nicht. Ich hab keine. Ich hab keine. Keine Ahnung. Ich hab keine. Wir haben zwei Projekt-Tables drin stehen. Alles, gezahlt. Wenn sie sich den Kacke ausfüßen. Ich kann den Kacke ausfüßen. Ich kann die Kacke ausfüßen. Ich hab weniger zuerst verstecken. Ich kann den Kacke ausfüßen. Ich hab keine Ein etcetera. Ich kann den Kacke ausfüßen. mal schauen ob das reicht super, jetzt müssen wir weit gehen ein viel zu wert, als wir gewusst man kann keine Marvel Stairs machen das finde ich nicht das, du nimmst deine Säge und schneidest dir die Hälfte ja aber damit kann ich keine Stiegen machen so dass ich dort draufgehe ja, kannst du schoss da an, dann musst du halt eins länger machen nein 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 ja gehen wir schlafen doch ja, ey passt ich probier mal das zum Eugelpuff raus, wir schauen ob du es hättest wow was hättest du jetzt was, besser du bist da irgendwie, dir passt klar auch, zu querlich gut gut Fuck, ich bin alle Forts. Ja. Timer. Ähm, 14 Minuten. Noch. Na, noch, weil das so komisch. Kommen doch gar nicht zum Rekorden an. Fast. Das sind auch viel Glocken, oder? Ja, ja. Wir brauchen Redstone, die Jungs. Wir brauchen Redstone. Ja. Aber Redstone, äh, Batteries. Und Zinn brauchen wir, das haben wir auch noch nicht. So, jetzt ist der Partnerstanz. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal.